Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, es ist mal wieder Mage Knight Zeit bei Genus Solo. Und dank meines treuen Patrons Thomas, der sich eine weitere Reihe zu Mage Knight gewünscht hat, kann ich diesem Wunsch auch nachkommen. Er hat mir sogar auf BoardGameGeek das entsprechende Szenario vorgeschlagen mit dem Namen The Return of Apocalypse. Und genau dieses Szenario habe ich mir etwas genauer angeschaut, habe mich mit dem Designer Twig Sievert in Verbindung gesetzt, um die ein oder andere Regelfarad noch zu klären. Und ich glaube, jetzt sind alle Klarheiten beseitigt, sodass ich bereit bin, den fünfköpfigen Drachen Apocalypse die Stirn zu bieten. Ob es mir gelingt, am Ende siegreich gegenüber dem Drachen zu sein oder ob die Apokalypse über das Land hineinbricht, das werden wir in dieser Serie erfahren. Und da wünsche ich viel Spaß dabei. Willkommen liebe Freunde von Mage Knight zu einem neuen Szenario hier bei Genus Solo. Für das Szenario The Return of Apocalypse benötigt ihr die Ultimate Edition von Mage Knight oder ihr habt alle Erweiterungen, wenn ihr noch die alte Printversion so wie ich habt. Ihr benötigt also das Basisspiel, ihr benötigt die verschollene Legion und ihr benötigt auf alle Fälle Teslas Vermächtnis. Ohne diese Erweiterung funktioniert dieses Szenario nicht. Die Crank-Erweiterung ist optional, wenn ihr mit diesem Charakter spielen wollt. Und nicht zwingend erforderlich. Genauso die zweifarbigen Aktionskarten, die kann man mit hineinnehmen. Es gibt sogar eine Möglichkeit, das Spiel dadurch etwas schwieriger zu gestalten. All das findet ihr im Regelwerk zu diesem Szenario. Ich habe unter diesem Video einen Link hineingepackt, einmal original zu BoardGameGeek für die englische Version und ich habe mir auch die Mühe gemacht, das Ganze ins Deutsche zu übersetzen. Und da findet ihr entsprechend auch den Download-Link unter diesem Video. In diesen Szenario-Regeln findet ihr auf alle Fälle erstmal den Spielaufbau. Dann was müsst ihr in diesem Szenario machen und was gibt es sonst noch für Regeln. Des Weiteren auch viele Möglichkeiten den Schwierigkeitsgrad anzupassen und wir werden hier und da auch verschiedene Tabellen finden, die erforderlich sind, wenn der Drache aktiv wird. Da komme ich aber dann im Spiel nochmal direkt drauf zu sprechen. Wir werden uns heute primär mit den Spielvorbereitungen zu diesem Szenario beschäftigen. Ja, ich weiß, das Setup zu Mage Knight kennt ihr schon. Das habe ich schon in den ganzen Videos immer mal wieder am Anfang gezeigt, mache ich aber bei diesem Video auch keine Ausnahme, denn ein neues Szenario bringt auch neue Features und neue Sachen, die ihr beachten müsst, wenn ihr dieses Szenario vorbereitet. Des Weiteren werde ich auch auf die einzelnen Besonderheiten jetzt hier schon beim Spielaufbau eingehen, sodass ich dann während des Spieles nicht das nochmal komplett erklären muss. Ich werde zwar immer nochmal das Ganze moderieren, wie es funktioniert, aber dann nicht mehr in jedes Detail hineingehen. Haben wir dann das Spiel vorbereitet und das wird an der Stelle enden, wenn wir dann unsere Taktiken gewählt haben, wenn wir unsere Hand aufgezogen haben, um dann in die erste Runde zu starten. Und dann werden wir immer Ausgabe für Ausgabe eine weitere Runde spielen. Dieses Szenario geht, wie üblicherweise, über sechs Runden, drei Tage und drei Nächte. Da ich das Ganze tatsächlich nur mit einem Mage Knight spiele und auch auf die ganzen Regeln zum Mage Knight nicht mehr großartig eingehen werde, wird die Länge des Videos hoffentlich überschaubar sein, sodass ich es vielleicht tatsächlich mal schaffe, unter 45 Minuten zu bleiben. Ich denke mal, das ist auch ganz angenehm, nicht immer solche elendlangen Mammut-Blockbuster von anderthalb Stunden zu haben. Mal ein kurzes Video zwischendurch, was vielleicht noch 25 oder 35 Minuten geht, ist vielleicht auch mal erfrischend. Okay, damit bin ich mit den einleitenden Worten. Fertig noch ein letzter Hinweis. Wer die Regeln zum Mage Knight noch gar nicht kennt, den empfehle ich auf alle Fälle, meine Regelserie sich dazu anzuschauen. Hier oben rechts über den Infobutton kommt ihr zur ersten Mage Knight Reihe, da werden erstmal alle Sachen des Basis-Spiels erklärt. Es gibt aber noch viel, viel mehr Playlists auf meinem Kanal, sodass auch die ganzen anderen Erweiterungen mit den zusätzlichen Features dort Einzug halten, solltet ihr euch gegebenenfalls dann auch anschauen. Für euch vielleicht noch zu wissen, dieses Szenario spiele ich jetzt zum allerersten Mal. Ich habe also überhaupt keine Ahnung, was mich tatsächlich erwartet. Ich weiß zwar die Regeln, aber wie ich das Ganze taktisch angehen werde, das wird wahrscheinlich erst das Spiel zeigen. Hängt natürlich auch immer davon ab, was man für Karten bekommt, was man für Gegner bekommt, was bekommt man für Landschaftszahlen. Aber das werden wir jetzt alles gleich sehen, wenn wir das Spiel aufbauen. Bevor wir damit gleich beginnen, möchte ich euch natürlich noch die Hintergrundgeschichte zu diesem Szenario präsentieren. Und das habe ich bereits mit einem Teaser-Video gemacht. Wer das schon gesehen hat, kann das jetzt eigentlich überspringen. Ich habe entsprechende Kapitelmarken auch in diesem Video eingefügt, sodass ihr euch das nicht zwingend nochmal anschauen müsst. Wenn ihr es aber wollt, würde mich das natürlich umso mehr freuen. Für alle anderen jetzt die Hintergrundgeschichte zu The Return of Apocalypse und dann starten wir mit dem Spielaufbau. Die Rückkehr von Apocalypse Seit Generationen besteht der Turai-Kult nur aus dem Wind geflüsterten Geschichten. Düsteren Geschichten von eifrigen Gläubigern, die ein uraltes Übel aufrechterhalten, indem sie die Lebenden opfern. Aber jetzt reiten die Darkrider durch das Land und die Anhänger von Apocalypse sind endlich aus dem Schatten getreten. Seine Mitglieder haben ihre Loyalität gegenüber anderen Fraktionen wie unnötige Umhänge abgelegt und verehren nur noch Tod und Zerstörung. Obwohl sie noch keine eigene Armee aufgebaut haben, reichten gelegentliche Überfälle zur Entführung unschuldiger aus, um das einfache Volk in Angst und Schrecken zu versetzen. Insbesondere, da Gerüchte besagen, dass die Entführten durch die Anhänger zur Gewinnung von finsterer Magie geopfert werden sollten. Magie, die das Land ein für allemal spalten und zerstören könnte. Im Zeitalter des Nebels brachte der Drache Apocalypse tausende verdorbener Kreaturen zur Welt und führte sie zusammen mit den Mächten der Unterwelt auf einen Amoklauf, der das gesamte Land verwüstete. Unzählige Armeen kämpften tapfer, aber erfolglos gegen den Drachen Apocalypse, bis vier große Helden auftauchten. Katznak, Sirsin, Lord Valantis und Tawak Wurmstalker. Diese mächtigen Flüger zerschmetterten Apocalypse in einem epischen und gemütigen Kampf, der die Welt erschütterte und versiegelte ihn wieder in dem Ei, aus dem er stammte. Von diesem Tag an waren sie als die legendären Drachentöter bekannt. Das mystische Ei erwies sich als unzerstörbar. Von diesem Moment an versteckten Draconum und Dracona das Ei und schworen es für immer zu bewachen und zu verteidigen. Doch die Drachentöter selbst wurden in einer Art magischen Stase eingeschlossen, die entstand, als Apocalypse erneut erwachte. Jetzt, mehrere Jahrhunderte später, hat der Zyklus von Neuem begonnen. Das Ei wurde seinen Wächtern gewaltsam entrissen und die Anhänger von Apocalypse erhoben sich aus dem Schatten. Was die alten Fraktionsführer in der Vergangenheit befürchteten, passiert jetzt. Der Drache Apocalypse wurde wiedergeboren. Über die Drachentöter ist noch nichts bekannt und auch nicht, ob ihr magisches Siegel gebrochen wurde. Seltsamerweise hat sich selbst der Rat der Lehrer nicht mehr manifestiert. Sie scheinen nach den Ereignissen rumt und das plötzliche Erscheinen von Apocalypse verschwunden zu sein. Aber das ist eine andere Geschichte. Durch die Kombination der Künste der nekromantischen Magie mit einer hohen Mana-Konzentration, einem uralten Relikt und einem mystischen Element, gelang es dem Drachen, den wandernden Geist eines mächtigen verstorbenen Trakonum-Kriegers zu beschwören und in Besitz zu nehmen, der besessen und verraten wurde und von den Solunavi ermordet. Es scheint, dass Apocalypse, der ihm neues Leben verliehen hat, in einen gespenstigen Vertrauten oder in eine Marionette verwandelt hat. Niemand weiß es. Es ist nur bekannt, dass das Draconum-Gespenst erneut beschworen und in die Umgebung der Darcyon-Zitatelle geschickt wurde, um sicherzustellen, dass kein Sterblicher es wagt, Vergeltungsmaßnahmen gegen das Wesen zu ergreifen, das ihm das Leben zurückgegeben hat, selbst wenn solche Versuche vergeblich wären. Es scheint, dass die entscheidende Schlacht einige Male nördlich der Zitadelle von Darcyon in der Nähe eines Nebenflusses des Flusses Roa Galdur stattfinden wird. Nachdem ihr von einem Agenten der Hochelfenfürsten über die Ereignisse rund um Apocalypse informiert worden seid, seid ihr über den Fluss nach Osn auf das riesige Wildenplateau im Gebiet der Elementarmagier gegangen, mit geringen Erwartungen einen kurzen Waffenstillstand mit ihnen aushandeln zu können. Der hohe Prophetpriester Tremelen hat euren Vorschlag leider abgelehnt. Er ist mehr daran interessiert, seinen eigenen Krieg gegen die dunklen Kreuzfahrer zu gewinnen, ohne euren Worten Glauben zu schenken und zu ignorieren, was im Land passiert. Es scheint so, dass die Elementarmagier eines ihrer wichtigsten Ideale verloren haben, das Land, das Leben und die Natur zu bewahren und zu verteidigen um jeden Preis. Bei euren Rückern nach der Landung in der Bucht von Darsion informieren euch die Einheimischen darüber, dass der Konflikt der beiden Fraktionen den Fluss überquert hat und dass es in der Umgebung zahlreiche Zusammenstöße zwischen den Truppen der Anführer gibt. Sie werden euren Plan, die Zitadelle so schnell wie möglich zu erreichen, behindern. Euer Instinkt sagt euch, dass ihr keine Zeit mehr verlieren dürft, aber es scheint, dass ihr mit einigen von ihnen kämpfen müsst, um euren Weg nach Norden fortzusetzen und zu versuchen, vor der letzten Schlacht so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Ihr seid dabei, den vielleicht letzten Marsch eines Mage Knights anzutreten. Okay, liebe Freunde, jetzt habt ihr erfahren, wie es um den Drachen Apocalypse bestimmt ist und unsere Aufgabe wird es jetzt sein, diesen zur Strecke zu bringen. Zu Beginn des Spieles, es handelt sich hierbei um ein reines Solo-Szenario, wählt ihr aus allen verfügbaren Mage Knight einfach einen Charakter, der euch am meisten zusagt, weil die Geschichte hier mit ganz vielen Draconum-Griegern zu tun hat, habe ich mir Goldix gewählt, denn der versucht es mit Apocalypse aufzunehmen. Wie jeder Mage Knight bringt auch Goldix sein Kartendeck mit sich und seine Fähigkeiten. Bei den Fähigkeiten ist die wettbewerbsorientierte Fähigkeit, also die mit dem schwarzen Kopf entfernt worden, die benötigen wir hier nicht. Dafür habe ich aber die kooperative Fähigkeit aus der verschollenen Legion mit hinzugenommen. Somit die Vorbereitung für unseren Mage Knight, ganz klassisch, gibt es überhaupt keine Änderung. Zu jedem anderen Szenario. Was wir allerdings hier besonders machen müssen, ist eine Sortierung bei den Feindblättchen. Zumindest bei den Draconern, bei den braunen Feindblättchen und bei den umherziehenden Orks. Denn wir werden es auch mit der Fraktion der Elementaristen und der dunklen Kreuzritter zu tun haben. Und deswegen habe ich die entsprechenden Feindblättchen schon so sortiert, natürlich in sich gut gemischt. Das sind hier die dunklen Kreuzritter, das sind alle regulären Feindblättchen und das sind die Elementaristen. Wenn wir die entsprechenden Feindblättchen der Fraktionen besiegen, bekommen wir natürlich auch wieder Loot in Form dieser Relikte. Und entgegen zu Teslas Vermächtnis bekommen wir nicht nur den Loot, sondern zusätzlich noch einen Ruhm. Ansonsten musste man sich ja immer entscheiden, nimmt man so ein Plättchen oder nimmt mal einen Ruhm. Hier in diesem Szenario bekommt man beides. Der Loot dieser Fraktionsplättchen kann aber dann auf herkömmliche Weise eingesetzt werden. Das heißt entweder für den Effekt, der drauf steht oder ihr gebt euch einen Ruhm oder ihr könnt drei Einfluss dafür erhalten, für irgendwelche Interaktionen. Aber bedenkt, pro Zug darf Maximum ein solcher Defraktionsplättchen eingesetzt werden. Die Spielvorbereitungen rings um unser Ruhm-Tableau habe ich auch weitestgehend jetzt schon fertiggestellt. Wir haben unsere erweiterten Aktionskarten, die ersten drei habe ich schon gezogen. Dann haben wir unser Zauberdeck mit schon drei gezogenen Karten. Achtung, auch hier die wettbewerbsorientierten Zauber entsprechend diese vier Stück heraussortieren, aber noch nicht so weit weglegen, die werden wir nachher noch benötigen. Dann haben wir Stapel mit unseren Artefakten und die Wundkarten. Ich denke mal, da werden wir einige benötigen in diesem Szenario. Dann entsprechend alle Feindplättchen. Hier nochmal aufgedröselt für die dunklen Kreuzritter und in der Mitte die normalen und hier die Elementaristen. Und hier haben wir unser Einheitendeck mit normalen und Eliteeinheiten. Hier gibt es schon mal eine kleine Differenzierung, was die Einheitenauslage angeht. Als erstes zu wissen ist, dass der Drache als Art Spieler fungiert. Das ist also so ähnlich wie bei General Wohlkehr. Somit bekommen wir eine Einheit mehr in die Auslage. Die normalen Regeln wären ja Anzahl an Spielern plus zwei. Und daher hat der Drache als Spieler jetzt hier in dem Sinne zählt. Also zwei plus zwei sind das vier Einheiten. Normalerweise ist es jetzt so, dass wir vier normale Einheiten aufdecken. Und wir dürfen erst dann Eliteeinheiten aufdecken, wenn wir das erste Zentralteil erkundet haben. Hier gibt es in der Szenariobeschreibung schon eine kleine Erleichterung für euch, je nachdem in welchem Schwierigkeitsgrad ihr spielt. Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und zwar, dass der Drache verärgert ist, er ist wütend oder er läuft einfach amok. Ich habe mich dazu entschlossen, auch wenn ich das Szenario noch nicht gespielt habe, den mittleren Schwierigkeitsgrad zu wählen. Also, dass der Drache wütend ist. Der Schwierigkeitsgrad hat bereits Einfluss auf euer Einheitenangebot. Denn ihr habt gegebenenfalls Zugriff vorher auf Eliteeinheiten. Zum Beispiel, wenn ihr im leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt, habt ihr bereits in Runde eins und zwei eine Elitekarte dabei. Ob ihr die Kosten dafür bezahlen könnt, das ist eine andere Sache. Aber ich spiele ja im mittleren Schwierigkeitsgrad. Da hat es zur Relevanz, dass wir in Runde eins und zwei keine Änderung erfahren. Das heißt, wir spielen mit vier normalen Einheiten. Allerdings schaffen wir es tatsächlich vorher ein Zentralteil aufzudecken. Dann gelten wieder die alten Mage-Night-Regeln. Da wird wieder abwechselnd Gold und Silber aufgedeckt. Für Runde drei und vier, wenn wir dann noch kein Zentralteil aufgedeckt haben, dann bekommen wir aber trotzdem schon eine Eliteeinheit. Also drei normale und eine Eliteeinheit. Und dann in Runde fünf und sechs, egal ob wir ein Zentralteil aufgedeckt haben oder nicht, dann zwei silberne und zwei goldene Einheiten. Ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Es wird also quasi mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad, was ja wütend hier in diesem Szenario ist, eigentlich das Einheitenangebot so modifiziert, dass es für euch leichter wird. Denn der Amok-Schwierigkeitsgrad sagt einfach, ich spiele nach den normalen Einheitenregeln. Dann müsst ihr erst ein Zentralteil aufgedeckt haben. Okay, dann machen wir das aber, wie gesagt, Runde eins und zwei. Ganz normal, da haben wir Illusionisten, wir haben Armbrustschützen, noch mehr Armbrustschützen und nochmal Illusionisten. Aber bleiben wir gleich mal beim Thema Schwierigkeitsgrad, denn wir bekommen auch schon etwas Startruhm. Wenn ihr im höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, dann natürlich nicht. Im mittleren Schwierigkeitsgrad bekommt ihr einen zusätzlichen Ruhm dazu, also auf eins. Und im leichten Schwierigkeitsgrad, dann bekommt ihr schon zwei Ruhm am Anfang. Das klingt jetzt nach nicht viel, aber gerade am Anfang, wo man ganz schnell ein Level-Up erfahren kann, kann ein Ruhm mehr oder weniger schon mal das Hünglein an der Waage sein. Okay, dann haben wir das Ansehen, das startet ganz normal bei 0, da gibt es keine Veränderung. Und die Mana-Quelle, die bereiten wir wieder vor. Und genauso wie beim Einheitenangebot ist es jetzt so, dass Anzahl an Spieler plus zwei Würfel Drachen zählt als Spieler. Somit haben wir vier Würfel und da brauchen wir mindestens die Hälfte an Grundfarben, Mana. Und das sieht gut aus, wenn wir einmal Gold, zweimal Rot, einmal Grün in der Quelle. An dieser Stelle sind wir somit fertig mit diesem Bereich. Als nächstes bereiten wir Apocalypse vor, also unseren Drachen. Der bekommt nämlich sein eigenes Handlungsdeck. Hier sehen wir unseren Drachen Apocalypse. Ich habe mal entsprechend eine Karte dafür ausgedruckt. Die habe ich auch als Download unter das Video hineingelegt, falls ihr dies haben wollt. Es ist nicht zwingend erforderlich, aber ich habe gern bei mir auf dem Tisch einen Bereich, wo ich Apocalypse darstelle, wo ich also sein Handlungsdeck hinlege und auch sonstige Sachen, die er so drauf hat. Das Handlungsdeck von Apocalypse wird ähnlich wie General Wolkert zusammengestellt. Bestehend aus einem Handlungsdeck eines Mage Knights, der nicht am Spiel dran teilnimmt, einer bestimmten Anzahl an Wundkarten, abhängig vom Schwierigkeitsgrad und die vier wettbewerbsorientierten Zauber, die wir ja heraussortiert haben, die werden wir auch benötigen. Also legen wir uns die schon mal hier hin. Dann hatte ich ja gesagt, ihr habt Wundkarten und zwar abhängig vom Schwierigkeitsgrad und da ist der mittlere wütende Schwierigkeitsgrad mit 18 Wundkarten versehen. Der leichte hätte 20 und der schwere hätte nur 16. Und halt zusätzlich ein Kartendeck eines nicht dran teilnehmenden Mage Knights. Da habe ich alle Mage Knights, die es so gibt. Ich mich einmal durch und dann werde ich entsprechend dieses Deck hinzufügen. Hat nämlich Einfluss darauf, welche Fähigkeiten gegebenenfalls dann in das allgemeine Angebot kommen. Und das könnten wir ja beim Level Up mit abgreifen im Solo-Spiel. Okay, welches Deck wird es sein? Okay, von Norowas. Das ist also dieses Deck. Mit dem Symbol legen wir hier drauf. Ich werde es nachher offscreen richtig gut mischen. Sollt ihr auf alle Fälle damit die ganzen Wundkarten nicht zwingend hintereinander kommen. Aber kann ja trotzdem passieren. Und wir brauchen auf alle Fälle noch die Referenzkarte für die entsprechenden Fähigkeitsplättchen. Und die suche ich mir auch gleich noch raus und lege sie dann hier neben Apocalypse bereit. Gesagt, getan. Fähigkeiten sind herausgesucht. Jetzt brauchen wir aber noch den Drachen selber. Wie wird er auf dem Spielfeld dargestellt? Bei der verschollenen Legion war es ja recht einfach. Da hatten wir eine Miniatur zu Volker. Beim Drachenapokalypse ist das ein klein wenig anders. Der wird nämlich durch die 5 Drachenköpfe symbolisiert. Und dafür zieht ihr verdeckt von den allgemeinen Draconenblättchen 3 Stück. Und jeweils von den Elementaristen und von den dunklen Kreuzrittern. Jeweils 1. Das sind die 5 Köpfe des Drachen. Die Aufgabe ist relativ simpel. Vernichte alle 5 Drachenköpfe und dann haben wir das Spiel gewonnen. Das klingt jetzt nicht nach einer so herausfordernden Aufgabe. Okay, es sind zwar alles Draconenblättchen, aber die hat man ja auch jedenfalls bei den Städtekämpfen. Oder wenn sie dann umherziehen, sind ja auch immer wieder. Okay, jetzt alle auf einmal ist auch eine ganze Menge. Problem ist nur, dass der Dracheapokalypse Akan immun ist. Ich habe mir hier so ein sprechendes Token mal gebastelt, damit ich das auch nicht vergesse, mit dem Symbol heißt. Diese Köpfe sind immun gegen Spezialeffekte, wie zum Beispiel sofortige Vernichtung, Rüstungsreduzierung, all sowas. Und dadurch wird es natürlich erheblich schwerer, diese Köpfe abzuschlagen. Zum Glück tut der Drache nicht physisch in den Lanken jetzt umherziehen, denn er hat sich verschanzt in einer zerstörten Stadt. Das schauen wir uns gleich an. Und wir müssen dorthin und ihn dort bezwingen. Und dann werde ich an diesen Stapel entsprechend auf dieses Feld stellen, wo wir hin müssen. Aber dennoch wird der Dracheapokalypse die ganze Zeit präsent sein und uns mit seinen Plagen heimsuchen. Und diese Plagen oder das Unheil gibt es in sechs verschiedenen Varianten. Einmal in Form von Krieg, in Form von Wahnsinn, Hungersnot, Pest, Tod. Und dieser Drache fungiert sogar als Brutmutter. Und je nach Schwierigkeitsgrad wird der Drache bestimmte dieser Fähigkeiten haben. Im höchsten Schwierigkeitsgrad natürlich alle Fähigkeiten. Im leichten Schwierigkeitsgrad sind es nur zwei Fähigkeiten. Allerdings muss da eine Fähigkeit aus dem sogenannten Grundfarben bestehen. Was das heißt, werde ich euch jetzt gleich zeigen, wenn wir die Fähigkeiten bestimmen. Für den mittleren Schwierigkeitsgrad sind es vier Kräfte, die der Drache hat. Und die Kräfte Apokalypse werden über die Farben, die jetzt hier im Spiel vorkommen, symbolisieren. Wir haben einmal Rot für Krieg, Blau für Hunger, Grün für Wahnsinn. Und dann haben wir Weiß für Pest, Schwarz für Tod und Gold ist die Brutmutter. Und nun bestimmen wir für unser Spiel die Kräfte, die Apokalypse hat. Wie gesagt, in einem ganz schweren Spiel auf Amok habt ihr alle Farben. In einem Zweispielerspiel werdet ihr jetzt nur zwei Farben bestimmen. Allerdings muss da eine Farbe bei den vier mindestens dabei sein. Wenn es alle beides sind, ist es okay. Es darf aber niemals Schwarz und Gold gleichzeitig sein. Es muss also immer eine davon sein. Und wenn wir in einem mittleren Schwierigkeitsgrad sind, dann sind vier Token jetzt erforderlich oder vier Farben. Und da ist auf alle Fälle immer eine Grundfarbe dabei. Am besten packt ihr diese Token jetzt in irgendein Gefäß, in einen Sack und dann zieht die entsprechende Anzahl heraus. Ich finde jetzt hier gerade keinen Sack, deswegen werde ich das mal ganz schnell auswürfeln. Wir werden mal vier Mana-Würfel nehmen, mal sehen, was ich jetzt hier habe. Die vier, auf alle Fälle, wenn was doppelt dabei ist, werde ich neu werfen müssen. Okay, wir haben ja zweimal Gold. Oh Gott, das wird schon richtig heftig. Also blau, gold und schwarz, den muss ich neu werfen. Und nochmal blau, nochmal gold. Oh mein Gott. Och, die ganzen goldenen sind nur weg. Okay, jetzt habe ich hier die entsprechenden Farben, die ich brauche. Also, unser Apokalypse hat die Fähigkeit für die Hungerplage, dann die Brutmutter, Pest und Tod. Das sind die Fähigkeiten, die im Spiel sind. Das ist ein wichtiger Begriff, wir haben ihn nachher im Spiel dann des Öfteren haben. Die beiden sind nicht im Spiel. Was diese einzelnen Kräfte für Apokalypse bedeuten, wie diese zum Einsatz kommen und was sie machen, das werden wir dann im Spiel erst kennenlernen, wenn Apokalypse an der Reihe ist. Okay, wir haben unseren Mateschneid gewählt, unser Kartenangebot haben wir präpariert. Der Drache hat seine Kräfte erhalten. Jetzt brauchen wir nur noch ein was. Und zwar die Bucht von Darsion, beziehungsweise das Land, was sich dahinter verbirgt. Denn dort sind wir angekommen, dort wollen wir erstmal Richtung Darsion, Zitadelle reisen. Das heißt, das werde ich euch gleich zeigen und dort werden wir auch den Drachen in der Nähe finden. Für den Aufbau unseres Spielfeldes benötigen wir wieder diverse Stadtteile, Zentralteile und natürlich auch Landschaftsteile. Angefangen mit dem Portalteil, wie bei jedem Mädchen als Spiel, wir werden die freie Form wählen, obwohl diese aus festgelegten drei Reihen bestehen wird. Schauen wir uns gleich an. Wir brauchen auf alle Fälle Portalseite B. Danach brauchen wir von den Landschaftsteilen, welche eine magische Lichtung beinhalten, eine bestimmte Anzahl. Und die ist abhängig vom Schwierigkeitsgrad. Deswegen habe ich die Landschaftsteile entsprechend separiert. Das sind alle diejenigen, wo eine magische Lichtung mit dabei ist. Und beim wütenden Schwierigkeitsgrad ist es so, dass wir drei Teile davon benötigen. Eins, zwei, drei. Die anderen ungesehen zurück in die Box. Von den anderen Landschaftsteilen benötigen wir jetzt so viel, dass wir in Summe acht Landschaftsteile haben. Wenn wir also drei gezogen haben, bedeutet das, ich benötige noch fünf weitere von diesen Landschaftsteilen. Ich werde also auch noch mal kurz mischen. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf dazu. Und das sind unsere Landschaftsteile. Bei den Zentralteilen sind wir relativ festgelegt. Denn wir benötigen nur zwei Stadtteile. Und zwar einmal das mit der weißen Stadt und einmal das mit der roten Stadt. Alle anderen Städte werden aus dem Spiel entfernt, werden nicht benötigt. Und bei den Zentralteilen, welche also keine Stadt haben, da gibt es auch eine festgelegte Anzahl. Und zwar fünf Stück, ich weiß gar nicht, wie es insgesamt sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, eins bleibt übrig. Das entfernen wir ungesehen und legen es in die Box zurück. Diese gesamten Teile werden jetzt unser Spielfeld formen. Aber wir brauchen jetzt keinen Stack, um nach und nach aufzudecken. Denn wir haben eine festgelegte Form von drei Reihen. Das Einzige, was wir jetzt gleich machen können, sind die drei Landschaftsteile jetzt aufzudecken, welche jetzt hier angrenzen zu unserem Startteil sind. Denn die anderen Teile werden dann weitestgehend verdeckt auf das Spielfeld gelegt. Okay, dann fangen wir mal an. Hier mit dem hier. Ich lege das gleich in eine ordentliche Form. Und dann hier hin. Und dann dieses hier hin. Die Ausrichtung der Teile habe ich entsprechend jetzt angepasst. Sie werden auch gleich die einzelnen Feinplättchen hier drauf platzieren. Doch, ich will erstmal das Spielfeld komplett aufbauen. So sieht unser Spielplan dann komplett aufgebaut aus. Wir haben also hier vorne erstmal die grünen Landschaftsteile. Da werden ganz viele magische Lichter dabei sein, denn wir haben hier keine einzige gezogen. Dann haben wir die weiße Stadt zentral. Das ist die sogenannte Darsion-Zitadelle. Schauen wir uns gleich an, was die für eine Bewandtnis hat. Und wir haben hier hinten das Teil mit der roten Stadt. Und das wird das Teil sein, wo sich der Drache Apokalypse verschanzt hat. Denn der Drache hat die rote Stadt komplett zerstört. Sie fungiert auch nicht mehr als Stadt. Denn der Drache ist dort heimisch geworden. Und wenn wir den Drachen an dieser Stelle, nur an dieser Stelle herausfordern, dann wird es hier auch keine Stadtmauern oder irgendwas geben. Wir werden also dann auch gegen unbefestigte Einheiten antreten. Es sei denn, die Drachenköpfe selbst sind befestigt. Und dann platziert ihr den Drache. Das könnt ihr auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ihr könnt entweder die Karte für die rote Stadt nehmen und hier die entsprechenden fünf Köpfe drauf platzieren. Oder ihr könnt, wenn ihr diese Karte ausgedruckt habt, die Köpfe hier drauf platzieren. Und ihr wisst, dass die Drachen hier oder dass der Drache hier in der Stadt ist. Oder ihr platziert die Feindplättchen einfach hier so als Stapel obendrauf. Aufgrund des Stapels habt ihr auf alle Fälle auch Gewissheit, dass das kein normaler Draconier ist. Und ich werde das sogar so machen und werde das von mir selbst erstellte Token obendrauf platzieren, dass ich weiß, dass hier der Drache Apokalypse ist. Und die Drachenköpfe, welche es sind, werde ich erst dann entdecken, wenn ich angrenzend zu ihm stehe. Wie bereits erwähnt, Apokalypse wird also dieses Feld nicht verlassen. Selbst wenn ich meinen Maidstein hier hin und her ziehe, provoziere ich ihn nicht. Ich muss aktiv hineinrücken, um ihn anzugreifen. Gilt quasi als Überfall, aber hier verliert ihr natürlich kein Ansehen. Doch wir haben hier noch mehrere Felder, welche wir bestücken. Als erstes die uralte Ruine, ganz normal, es ist Tag. Damit starten wir, können wir quasi direkt hier aufdecken und hinlegen. Ob wir diese tatsächlich besuchen, das werden wir noch sehen. Denn Apokalypse hat noch einen Handlanger, den er ins Land schickt. Und zwar das Draconum-Gespenst. Und zu Beginn des Spieles wird das Draconum-Gespenst ein rotes Feindpätschen sein. Und eins von den normalen, also nicht was die dunklen Kreuzritter angeht oder die Elementaristen. Und wir beginnen mit dem ersten Draconum-Gespenst. Hier an dieser Stelle. Warum sage ich das erste Gespenst? Das liegt ganz einfach daran, dass dieses Gespenst versucht, den Mage Knight zu erreichen und anzugreifen. Und das wird in einen Kampf münden und im Bestfall besiegen wir dieses Draconum-Gespenst. Allerdings, es wird immer wieder beschworen. Wenn es also irgendwann besiegt wird und das Draconum-Gespenst wäre wieder an der Reihe, wie das funktioniert, schauen wir uns auf alle Fälle im Spiel an, dann wird wieder ein neues, normales, rotes Feindplättchen gezogen. Dann können wir uns aber die Startposition aussuchen, ob hier oder hierhin. Aber jetzt haben wir nur ein Draconum-Gespenst. Dieses Feld bleibt leer. Es wird also nicht mit einem weiteren Draconum bestückt. Doch wie erkennen wir das Draconum-Gespenst? Als erstes, wir drehen das Feindplättchen schon mal um, damit wir wissen, welche Werte dieser Geist hat. Okay, ein Sumpftrache. Und damit er sich von den anderen roten Feindplättchen unterscheidet, markieren wir uns das Gespenst mit einem schwarzen Mana-Token. Damit wir genau wissen, das ist also ein besonderer Gegner und er wird hier durch die Lande ziehen. Alternativ zum schwarzen Mana-Token könnt ihr auch, so wie ich, vielleicht irgendetwas selber basteln. Habe ich jetzt mal gemacht. Und platziere das Ganze hier oben drauf. Sehe ich zwar immer nicht die Werte, aber kann ich ja jederzeit runternehmen, um mir anzuschauen, was das Draconum-Gespenst so drauf hat. Okay, damit haben wir das Teil mit der roten Stadt bestückt. Da ist also der Drache Apocalypse drin, zwar nicht mehr in einer Stadt oder in einer Ruine, aber unser Ziel wird es sein, dorthin zu gehen und alle fünf Köpfe abzuschlagen, um das Spiel zu gewinnen. Machen wir mal weiter mit dem Feld mit der Weißen Stadt. Die Weiße Stadt repräsentiert die Dasion-Zitadelle und diese Stadt ist uns zum Glück freundlich gesinnt. Das heißt, wir müssen sie nicht erobern. Es gibt also keine Feindplättchen hier drin. Und wir können und sollten die Vorteile dieser Stadt ausnutzen. Im Gegensatz zur normalen Weißen Stadt hat die Dasion-Zitadelle aber viel mehr Interaktionsmöglichkeiten. Und auch diese sind in den Regeln beschrieben und ich habe mir sogar eine entsprechende Karte dafür erstellt, um mir hier alles nochmal aufzuzeigen, was ich in dieser Stadt machen kann. Zu wissen ist, die ist halt freundlich und wir haben schon ein Schildplättchen hier drauf. Ist ja gleichbedeutend mit einem Einfluss. Aber wir können hier niemals Stadtführer sein. Egal wie viele Schildplättchen wir hier drauf haben, kommen auch nicht mehr drauf. Wenn wir aber in der Stadt drin sind, haben wir viele Möglichkeiten. Als erstes, wir bekommen einen Verteidigungsbonus. Das ist dann wichtig, wenn zum Beispiel das Draconum-Gespenst hier in die Stadt hineinzieht, weil wir gerade drin sind. Dann profitieren wir von diesem Bonus und wird etwas leichter sein, das Gespenst gegebenenfalls zu bezwingen. Noch die Hauptfunktion der Darsion-Zitadelle wird sein, dass ihr viel mehr Interaktionsmöglichkeiten habt. Und die könnt ihr auch miteinander kombinieren. Bedenkt aber, dass das trotzdem als eine Interaktion zählt und dass ihr diesen Bonus des Schildplättchen nur einmal bekommt. Aber was können wir machen? Für drei Einfluss können wir Heilung 1 sprechen, das heißt ein Hund entfernen von unseren Truppen oder von uns selber. Dann für zwei Einfluss können wir eine zusätzliche Elite-Einheiten-Karte ziehen und ins Angebot hineinbringen. Könnte auf alle Fälle mal helfen, wenn wir einen bestimmten Truppentyp suchen. Denn wir können hier in dieser Stadt jeglichen Truppentyp rekrutieren. In der Zitadelle können wir aber auch trainieren. Das heißt, erweiterte Aktionskarten uns holen für sieben Einfluss, eine aus der Auslage oder verdeckte die oberste vom Nachzugstab. Wir wissen aber halt nicht, was wir bekommen. Und auch Zauber können wir erlernen für 8 Einfluss und zusätzlich das Mana in der Farbe für den Zauber, den wir haben wollen und das hier aus der Auslage. Auch das könnte auf alle Fälle hilfreich sein. Die Kosten sind natürlich ein klein wenig höher als das bei den normalen Städten oder bei den sonstigen Funktionen. Liegt aber darin, dass ihr halt hier schon mal ein Schildplättchen drin habt und somit sowieso die Kosten um 1 reduziert habt. Wer richtig aufgepasst hat, der hat schon erkannt, dass das also die Funktionen der anderen Städte sind, der grünen Stadt, der blauen Stadt und auch der weißen Stadt und sogar die Heilung ist hier ergänzend möglich. Die einzige Funktion, die nicht drin ist, ist die von der roten Stadt, also dieses. Ihr könnt also keine Artefakte hier in der Darsun-Zitadelle euch holen. Aber okay, dann bestücken wir noch das restliche Feld. Und zwar, wir haben hier einmal eine Burg, können wir ein normales, graues Blättchen drauf platzieren und wir haben hier auch noch einen Draconier. Zu beachten ist, dass die grünen, braunen und roten Feindblättchen immer hinsichtlich einer spezifischen Fraktion erscheinen. Denn wir sind mitten in den Konflikt zwischen den Elementaristen und den dunklen Kreuzrittern geraten. Die Kreuzritter kommen von der nördlichen Seite und die Elementaristen von der südlichen Seite. Das heißt, alle Feindblättchen, in drei genannten Farben, auf dieser Seite, also in dieser Reihe, werden also immer dunkle Kreuzritterfeindblättchen sein und diese auf diesen Feldern immer von den Elementaristen. In der Mitte, diese Reihe, da weiß man nicht genau, denn das ist genau die Konfliktzone und das wird erwürfelt. Heißt also, ich werde jetzt hier für diesen Draconier einen Mana-Würfel nehmen und zeigt mir das Ergebnis rot, blau oder schwarz, dann wird es ein dunkler Kreuzritterfeind sein und zeigt das Ganze hingegen Gold, Grün oder Weiß, dann ist es ein Elementarist. Dann schauen wir mal, was wir jetzt haben. Oh, wir haben schwarz, bedeutet ein dunkler Kreuzritter. Und dann nehmen wir entsprechend vom passenden Stapel jetzt der dunklen Kreuzritter, hier, oh Gott, die ist eine Drachen mit Vampirismus. Achtet im Spiel darauf, wenn ihr dann Feindblättchen von bestimmten Fraktionen besiegt, dass ihr die Ablage entsprechend auch sortiert, denn wenn ihr irgendwann neue Feindblättchen ziehen müsst und habt keine mehr am Nachzugsstapel, dann mischt die Ablage und zieht dann dahingehend wieder neue. Sollten tatsächlich mal alle Feindblättchen von einer bestimmten Fraktion hier auf dem Spielfeld sein, sodass es keine mehr gibt, dann zieht ein normales, reguläres Feindblättchen des entsprechenden Feindtyps. Okay, damit haben wir die weiße Stadt bestückt. Das wird unser Hauptziel wahrscheinlich erstmal sein, dorthin zu kommen. Ich denke mal, die Burg vielleicht wegzumachen. Haben wir immer einen guten Bonus, was unsere Hand angeht und den Drachen, ja, den werde ich erst dann angehen, wenn ich entsprechend stark genug bin. Zum Glück, das Draconum-Gespenst braucht eine Weile, bis wenn es uns erreicht, aber irgendwann wird es uns auf alle Fälle zu packen bekommen oder wir müssen ganz schnell sein, um quasi immer wieder ihm zu entkommen. Aber steckt mal auch die Ruhmpunkte von diesem Draconum-Gespenst sollte man mitnehmen, wenn es möglich ist. Bestücken wir jetzt nur noch die Teile, welche wir bereits zu Beginn des Spieles über unser Portal erspähen. Da haben wir einmal hier auf einem nördlichen Teil für einen dunklen Kreuzritter dieses Plätschen. Okay, dann haben wir eine Burg verdeckt, dann haben wir zwei Magietürme, wir haben zwei Ruinen, das Taken aufdecken und dann haben wir hier noch einen umherziehenden Feind, den muss ich wieder abwürfeln, weil er halt in der mittleren Reihe ist. Und da haben wir blau auch hier die dunklen Kreuzritter. Schauen wir mal so nach, was bekommen wir hier? Okay. Na mal sehen, wir haben eine Burg, ist aber sehr weit auf der Außenseite, da werde ich wahrscheinlich nicht hingehen, da profitiere ich nicht so direkt, obwohl halt im späteren Verlauf könnten oben Burgen sein und dann würde das wieder Sinn machen. Magietürme, ich denke mal, die kann man auf alle Fälle mitnehmen, Zauber kann man immer gut gebrauchen, wobei man hier schon mal eine Taktik anwenden sollte, beziehungsweise überlegen sollte, denn wir wollen ja am Ende gegen den Drachen ins Feld ziehen und der ist Arkan immun. Das heißt Zauber, die irgendwie die Feinde die Rüstung verringern oder komplett zerstören, also keine direkten Zauber, die mit Block zu tun haben, mit Angriff zu tun haben, die werden gegen den Drachen nutzlos sein. Das heißt, diese Zauber sollte ich, wenn möglich, nicht unbedingt nehmen. Aber das werde ich mir dann anschauen, wenn wir den ersten Zauber uns holen dürfen. Wir haben ja auch genug Antriegegner, die wir bezwingen müssen und auch sollten, denn unser Ziel wird es sein, so schnell wie möglich Erfahrung zusammen, dass wir stärker werden, um irgendwann diesen Drache herausfordern zu können und das sollten wir vielleicht nicht unbedingt in der letzten Runde nur machen, denn ich glaube nicht, dass es uns gelingt, diesen Drachen auf einmal in einem Rutsch zu bezwingen. Ich werde mal den Fokus drauflegen, dass ich versuche, ihn schon in der fünften Runde zum ersten Mal anzugreifen. Aber okay, jetzt haben wir den Spielaufbau komplett fertiggestellt. Wie das Ganze dann funktioniert, wann bewegt sich das Gespenst und wann wird der Drache Apokalypse mit seinen Plagen aktiv. Das werden wir alles dann in der nächsten Ausgabe kennenlernen. Jetzt werden wir nur noch unsere Taktik wählen, unsere Kartenhand aufziehen und dann schauen wir mal, wer als erstes agieren darf. Bevor wir gleich unsere Taktik wählen, dürfen wir unsere Kartenhand aufziehen. Das wird auf alle Fälle Einfluss darauf haben, welche Taktik ich wähle. Und da haben wir Ruhe, wir haben Schnelligkeit, Schnelligkeit, Manaquelle, Improvisation und wir haben Kristallfreude. Eine Starthand mit begrenzten Möglichkeiten. Heilung nützt uns nicht wirklich etwas. Bewegung nicht allzu viel, außerdem über Improvisation oder über Schnelligkeit. Aber da sind halt die starken Effekte gut. Manaquelle ist immer eine super Sache, dabei zu haben. Na mal sehen. Muss ich mir jetzt schon Gedanken machen, welche Taktik ich wähle. Die Taktik repräsentiert als erstes wieder die Zugreihenfolge. Wer ist als erstes in einer Runde dran, wird wieder mit einem Spielerzugreihenfolgeblech und symbolisiert. Hier für uns, für Goldix und unsere Drache Apocalypse bekommt das von Norowas. Und man muss auf alle Fälle beachten, wir haben immer die erste Wahl und danach wählt der Drache zufällig von den verbliebenen Karten. Die gewählte Taktik gilt für die Runde und ist danach aus dem Spiel. Das heißt, wir werden auf alle Fälle die Taktik, die der Drache wählt, niemals anwenden können. Man kann also auch nicht unbedingt mit irgendetwas kalkulieren, zum Beispiel mit Kräfte sparen oder so, weil es kann immer sein, dass der Drache diese Karte zählt. Und deswegen sollte man die Priorität darauf hinlegen, was gerade momentan wichtig und am besten ist. Und ich denke mal, wie ich es schon oft genommen habe, ich werde den guten Anfang nehmen, um zwei Karten direkt vom Nachzugsdeck nachzuziehen. Und danach ist jetzt der Drache dran. Und mal sehen. Er wird wahrscheinlich vor uns dran sein, also den ersten Zug haben. Und wird seine gute Karte sein. Oh ja, die kann er nehmen, die will ich nicht haben. Zeigen wir uns die Zugreihenfolge noch an. Apocalypse mit der 1 als erstes. Und danach sind erst wir dran mit der 5. Aber wir können ja noch zwei Karten nachziehen. Und da bekommen wir Wut, was zum Angreifen. Und wir bekommen Willensfokus. Okay, die könnte hilfreich sein. Und danach geht die taktik gesagt aus dem Spiel und wird nicht mehr wiederverwendet. Liebe Freunde von Mage Knight, wir haben den Spielaufbau für das Szenario The Return of Apocalypse komplett fertiggestellt. Ich werde mir jetzt anhand meiner Kartenhand einen Plan überlegen, wie ich jetzt am besten vorgehe. Wie gesagt, mein erstes Ziel wird sein, Richtung Darcyon City zu kommen und auf dem Weg so viel Erfahrung wie nur möglich zu sammeln. Und ich bin mal gespannt, was der Drache mir bereits in der ersten Runde alles entgegenwirft. Das werden wir natürlich das nächste Mal kennenlernen. Wie funktioniert das alles mit seinem Handlungsdeck, mit seinen Spezialfähigkeiten? Wie kommt das Draconung-Gespenst zum Einsatz? Und wie wird dieses agieren? Das werden wir alles das nächste Mal erfahren. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr ein klein wenig Spaß an dieser Reihe habt. Wenn ja, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Genu. Bis zum nächsten Mal.